Guten Abend zusammen und hier noch, ähm, entschuldigt, äh, heute viel zu viel gesprochen. Hier eine weitere Runde Titan Quest, ich hatte hier als letztes, die Quest habe ich doch eigentlich erledigt. Jetzt kann ich die Reise nach TGA. Okay, wollte ich gerade sagen. Ach Jungs, ne, 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 äh, wie? Ja. Ja, 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 ist ja gut. Hä? Brauche ich nicht. So, lassen sie nur Scheiße fallen. Alter, werden es noch mehr? Muss man eben hier wegschnetzeln. Ja, da ist auch noch einer. Na gut, dann machen wir es hier. So. Nehmen wir mal den Schrott mit hier, kann man vielleicht gebrauchen. Paar Warnschild. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ne, ist nicht. Erforderliche Spielerstufe, bla, da kann man eins weg. Zwölf Rüstung, zehn Rüstung, dann nehmen wir den nochmal und den weg. Der macht deutlich mehr, oh ja, ja, schwupp. Er kann auch weg. Hab ich den jetzt, ey? Vielleicht kann ich den einfach einen Moment machen. War das ein Gewürzner? Ja. Egal. So, dann schauen wir mal, was wir noch so werden können. So, dann schauen wir mal, wie kannst du denn noch ab hier? Auseinander. So, da liegt auch wieder nur Müll. Eine einfache Truhe, um die wir uns gleich kümmern, wenn wir uns hier um die Gegner gekümmert haben. So, da kann ich zumindest den hier gebrauchen und den hier gebrauchen. Ach je, oje, oje, oje. Verpisst euch. So, jetzt wollte ich mal auf die Map gucken. La, 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 la. So, das war dumm. Wieso bin ich da denn in den Nahkampf gegangen? So, auch nur Schrott. So, einfache Truhe. Gucken wir mal rein. Immer ihn hier wegmachen. Bestimmt hat es ja Ausdauer. Müsste Held sein. So, der ist auch mit dem Thema durch. Ach so, hier waren wir ja schon, aber nur die Gegner sind wieder da. Da kommt ja Freude auf. Die sind so schnell dran. So, den Quest haben wir schon angenommen gehabt. Gucken wir uns doch mal die einfache Truhe an. Gold kann man immer gebrauchen. So, la, 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 la. Gucken wir uns hier mal um. Okay, gehen wir da mal hoch. Ach, gleich mal Waffe wechseln. So, mal ganz schnell aufgeräumt hier. Hey. So, auch Ruhe im Kabuff. Ja, was gibt es noch zu Titan Quest zu sagen? Mittlerweile gibt es ja den offiziellen Nachfolger Grim Dawn, den ich ja auch mal kurz in einem Dead's Test angespielt habe und auch hier sagen muss, richtig gut. Eben halt doch ein bisschen moderner, schicker, aber auch da Charakterentwicklung sehr schön gemacht. Auch nicht teuer. Es gibt mittlerweile auch eine deutsche Übersetzung davon. Ja, ja. Hier bin ich aufgestiegen. Yeah. So, reiben wir nochmal weiter auf. Schwupp, den können wir gebrauchen, den können wir gebrauchen. Und dann gucken wir mal. Gesundheit ist wichtig. Hallo. Und einmal Geschicklichkeit. Intelligent muss auch nicht sein. Und gucken wir mal, was wir hier so bereisen können. Was ist denn bei Kräuterkunden? Wichtig wäre natürlich auch das. Sperrattacke ist natürlich auch, pfiff ich dann hier zwei rein, da ein rein. Ja, Grim Dawn, sehr ähnlich auch von der Charakterentwicklung her. Einfach ein wenig neuer, aber trotzdem ist auch Titan Quest. Das hat einfach für mich persönlich seinen eigenen Stil. Aber wer auf solche Spiele steht, der sollte sich Grim Dawn oder beispielsweise auch Person of Interest, äh, Person of Interest, ich meine nicht die Gäre, sondern Pass of Exile anschauen. Kann ich echt nur empfehlen, kostenfreies Spiel und auf keinen Fall Pay to Win. Also man kann zwar bei Pass of Exile Dinge kaufen, wie zum Beispiel Kistenplätze, etc. Aber, oh, einmal Essenz, die nehmen wir gerne mit. Aber es ist absolut notwendig. Okay, wer es länger spielt, sollte sich ein paar Stashplätze, also Kistenplätze zulegen. Aber ansonsten sind das alles Dinge oder hauptsächlich Dinge kosmetischer Natur. Was weiß ich, Begleiter, die aber nichts bringen. Also rein fürs Spiel. Habe ich jetzt auch wieder mit angefangen, ähm, ansonsten, äh, auf meinem, also unter meiner Freundesliste hier, beziehungsweise unter meinen Abos, findet ihr dann DoomstayLP. Ich glaube, so heißt der gute Mann. Ähm, und der spielt auch, spielt es auch aktuell und, äh, zeigt es ein bisschen ja schon ein bisschen weiter. Zeigt aber eben, lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe dadurch wieder angefangen, einen Char zu beginnen. Das spiele ich dann aber für mich privat. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Wie gesagt, für ein kostenfreies Spiel, super. Echt eindeutig super. Das hier ist nicht kostenfrei, aber 4,99, finde ich, ist jetzt nicht ein Weltuntergang. Kann man in jedem Falle dafür ausgeben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin sehr zufrieden und bin auch nicht unglücklich darüber, auch wenn ich hier jetzt wahrscheinlich die letzte Folge hierzu mache. Weil, ähm, ja, ich werde jetzt demnächst wahrscheinlich mit G-Rock LP, einem Arbeitskollegen von mir, ein gemeinsames LP vielleicht hiervon machen. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich hoffe es ehrlich gesagt ein Stück weit. Ähm, und wir werden dann schauen, ob wir das aufnehmen oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht zu hundertprozentig sagen. Ähm, nur ich denke, es ist nur ein Letztest und das Spiel hier, da kann man so viele Stunden investieren. Äh, das ist ein ewig langes LP. Würde das werden, weil auf schwierigeren Stufen wird es dann wirklich erst interessant, um es mal so zu sagen. Das hier ist ja alles noch mehr oder weniger, äh, Killefit, sag ich mal. Also nichts, wo man sagen würde, ist wirklich eine Herausforderung, zumindest hier noch nicht. Ihr seht es ja selbst. Ähm, ich renne eben in meinem Speer und Bogen durch die Gegend und, ja, wie soll ich es sagen, ähm, abgesehen von meinem allerersten Versuch ist das jetzt für mich jetzt hier nicht wirklich schwierig und für euch sicherlich auch nicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Hallo, ihr blöden Vögel. Es ist halt ein Grinder, darüber muss man sich klar sein, soll heißen, hier macht die Itemjagd, ist das Nonplusultra. Ähm, ja. Alt-Item verbessern, gar keinen Charakter verbessern. Ähm, zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Am meisten, also ich persönlich finde am meisten Spaß, wenn man es im Koop spielt. Spaß macht es, wenn man es im Koop spielt. Mein Deutsch ist heute Abend hervorragend. Ähm, einfach weil, ja, zu zweit solche Dinge und dann Items finden, füreinander auch ein bisschen rumdiskutieren und, ach, das macht einfach Spaß. Das ist meine persönliche Meinung. Was haben wir da? Schreiende Erfahrung nehmen wir. Erfahrung ist immer wichtig. Na, komm, falte und, oh, holt ja auch mal Zeit. Einen Knochen holen. Schwubbel die Wupp. Den können wir auch holen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ach, ich glaube, ich gehe mal eben verkaufen. War das L? Ja, das war L. Hallo? Könntest du mal da reingehen? Oder auch nicht? Ah. Auf nach Helos. Ihr habt gesehen, da ist schon noch eine ganze Ecke zu erledigen und zu machen und zu tun. Was ich jetzt aber gerade eben wildes verkaufen, weil ich bin vollgepackt, besonders am Dach und das ist mir dann sicher zu doof. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. So, der Erschlechter ist ja, den ich trage. Der Erschlechter. Schwert brauche ich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wie sieht es aus? Neuen Rüstungen. Identisch. Weg. Feuer, Widerstand ist noch nicht ganz so wichtig. Die behalten wir natürlich. Der Erschlechter ist auch schlechter. Weg. Was ist denn da mit? Intelligenz. Ich bin dumm wie Brot. So. Bis zum nächsten. Und dann machen wir es wieder vom Acker. Lalalala. Und porten uns dann wieder zurück in die Höhle. Und gucken uns die Höhle im Detail an. So. Dann wollen wir mal Burschis. Komm. Falltoto. Danke. Aber das war jetzt ja auch mal recht schnell Geschichte hier. Ach. So. Das dazu. Ach. Verdammt. Ui. Ein böser Entgegner. Verdammt. Einmal Heldstrank nehmen. Und dann wollen wir mal gucken hier. Dämon. Ah komm. Hey. Hast keinen Bock mehr auf mich? Halskette der Mitgift. Damit haben wir die Quest dann auch. Hier haben wir noch eine Truhe. Nehmen wir. Der Flinkheit klingt immer gut. Glaube ich zumindest. Was will der denn von mir? Spielerstufe 8. Ja. Mit plus 7 Geschicklichkeit. Das ist genau so was was wir suchen. Da haben wir nochmal einen Trank. Und da haben wir nochmal Gold. Und nochmal Gold. Sollte ich sehe. Mittlerweile komme ich auch wieder voll so rein. Also. Ja. Es ist. Wie gesagt. Es gibt dieses Oldschool Feeling zurück. Ich habe auch schon den einen oder anderen gelesen. Dass ich das dann auch nochmal zulegen würde. Wie gesagt. Ich weiß gar nicht. Ob es diese Woche auch noch für 4,99€. Weil das war wirklich ein Angebot. für 4,99€ drinne ist. Bei Steam. Weil das war so eine Angebotswoche von THQ. Oder wie immer das so war. Die Halskette. Ah. Meine Tochter kann jetzt ihren Mitgib. Ich frage mich. Wie viele Hochzeiten wir haben werden. Wenn diese seltsamen. Keine Ahnung. Ich glaube mein Charakter will nicht heiraten. Der will einfach auf die Jagd gehen. So. Mal gucken. Was wir hier sonst noch bereisen können. Hier haben wir aufgeräumt. So. Eine Kuh. Eine Muku. Und ein Typ, den wir anquatschen können. Das ist ein Träumchen. Na dann wollen wir doch mal gucken gehen. Ach, die Schande. Du ahnst es nicht. Wechseln wir mal auf Speer. Na komm her du blöde Wildsau. Oh es stirbt. Die haben immer so viel Life die Viecher. So. Schnell mal wechseln. Weil im Nahkampf ist doch besser mit Speer zu arbeiten. Oh. Einmal Wildschweinhaut. Das nehmen wir mit. Das ist auch Asche. Tumti 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 Tum. Vögelis. Und davon nicht wenige. Ach. Die Wegsau ist natürlich blöd. So. Das ist. Ja komm. Noch eine Wildschweinhaut. Das nehmen wir doch mal gerne mit hier. So. La 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 la. Ach. Ich behanste es nicht. Ich vergesse immer, dass es einfach reicht die Maustaste gedrückt zu halten. Schreien der Dorn. Was immer das jetzt auch bedeutet. Ich weiß es gar nicht mehr so. Hoppala ja. Hier ist Party. Ich erinnere mich sehr genau. So was lassen wir jetzt mal die Wanne. Ich sagte so was lassen wir. Ich glaube ich sollte die Wanne. So. So. Klappt auch schon besser. Jetzt hört auf mich hier mit Bogen zu beschießen. ist doch nicht fair hier es ist gut sagte ich schluss mit lustig so jetzt bist du jetzt bist du noch fällig dankeschön den bogen kann man mitnehmen ich weiß nicht besser oder schlechter ist wahrscheinlich schlechter wir können hier mal so ein hellstränken lalala noch mehr von den vier und ich glaube das werden auch noch eine ganze ecke mehr es ist nicht ich finde das jetzt ja gerade ein bisschen übertrieben hallo bewegt aber weg jetzt muss man im weg von dem magier er macht mit zu viel auer gerade alter jetzt wollen wir mal ein wenig auseinander das war das muss man mal die neuen drücken keine resistenzen und so ich muss nachher wahrscheinlich dringend tränke kaufen bei dem verbrauch die nicht gerade so in den tag lege ja ja ist gut gold gold okay ja wie gesagt ich bin mir noch nicht ganz sicher also wenn ihr das schaut und der meinung seid ja ihr möchtet mehr davon sehen bin mache ich auch gerne ja müsst ihr wissen schreibt es mir bitte in die kommentare lasst doch gerne down da auch das nämlich als ja möchte davon noch mehr sehen ansonsten ich wünsche euch noch einen wunderschönen abend und sag mal bis bald dann ab um jetzt ab ab alles regnet bis bis ein Gottesprison wird gefeiert. Your gods will not save you. Fuck!